Geht ab! Euer arme Herr Boy wieder hier! Den Piggex ich jetzt! Ich gucke mal, ob du ihn getroffen hast! Schau! Boom! Dann! Barz! Letzter Schuss, Leute! Barz! Boom! Okay, Bro! Okay, du bist der Beste! Chocolat! Mein End ist... Hat sie da mal ganz reingeschissen? Mein Cousin ist gerade so nah von meinem Handy! Okay! Boom! Hier! Mann, ich gebe dem 7er-Hit von 100 km! Mann, 7er-Hit! Bei dem 5er-Hit ist er gestorben! M-Mekas! M-Mekas-Hit! M-Mekas-Hit! Ich habe das noch lecker, oder? Ja! M-Mekas-´sit! mach dich n-melche hat sich so ein spaghetti bangs... Aha! M-Mekas-Hit ist die Kornetto! Du hast ja reBA waktu aus der Küche! M-Mekas-Hit weiß ich nicht immer du dir! Alles. Ich brauche sozusagen alles. Nein, das truck ich mehr wissen! Und Kornetto? M-Mekas- tempo vet es sich nicht bottom und aus die Küche h� 저cke! wenn du sagst, dass du den internet machen sollst, er macht ihn nicht wieder, ja du im internet alle sagen so handy spielen ist so scheiße stell dir vor, jeder gibt so ein gescheites wort ein, du kommst so, du kommst so, fertig du kommst so, was will mein Finger nicht, geil du checkst nicht deine Leute, aber ehrlich, ja ich, die Bär hab ich schon Bruder willst du? willst du? ok, dann nicht ich habe einmal deine Bügel aus ich weiß ich habe dir gesagt, Bruder, willst du? ja wie viel grad ist das? ah nein, scheiße, nein wie heiße ich? ich kenne einen Menschen, der heißt halt einfach echt Bruder und mein Frau München dein Name ist Mora Tabla Blablabla Mora Tabla Blablabla wie heißt ich? dein Name ist Mora Tabla Blablabla ja ja ich habe mich gerne mal dabei Mora Tabla Blablabla wie heißt Mora Tabla Blablabla wie heißt Mora Tabla Blablabla ich habe eine Pudine manches wie heißt Mora Tabla Blablabla wie heißt Mora Tabla Blablabla wie heißt Mora Tabla Blablabla ich habe mich schnell Aber die Gegner wagen natürlich zu lachen. Arme nachsuchen. Mit dem ich eigentlich zu achten? Zeig mir Spiele Arme nachsuchen. Ich kann im Web danach suchen. Tippe dazu einfach an. Spiele spielen, Blatt. Ich habe bei Google Play Musik nach Spiele. Spiele, Spiele, Ente und Du. Alles klar, was möchtest du ausprobieren? Spiele, 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 Spiele. Ich starte Akinator. Hi, toll dich wiederzusehen. Weißt du noch, wie man spielt? Ja. Das ist ein Witzer. Spiele, noch mehr Hilfe. Okay, lass uns anfangen. Ist deine Figur bei Fliegen? Nein. Nein. Wo lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Ja. Ja? Ja, ja. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Ja? Oh, guck mal. Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Nein. Meine Klasse ist die Welt, aber für mich. Spiele deine Figur. Ja. Wurde deine Figur. Nein. Wurde deine Figur. Ja. Wurde deine Figur. Meine Klasse ist die Welt, aber für mich. Spiele deine Figur. Ja, das ist krass oder so. Ich guck doch nicht so gut auf, oder? Ja, das ist gut. Ich guck doch nicht so gut auf, oder? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Gugel ist im Moment nicht erreichbar. Gugel ist im Moment nicht erreichbar. Die. Widerment. 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 Gugel ist nicht erreichbar. Die kann Gugel nicht erreichbar sein. Ich glaube, ich bin schon auf, glaube ich. Frag, frag Gugel, ob sie mit dir im Spiel spielen will. Und weißt, was danach kommt? Dann kommt schon irgendein komisches Spiel. Ja, mach mal lang. Ich probier's mal. Ich höre vor, das kommt da auf einmal raus. Vielleicht muss ich meinen ganzen Account. Soll ich sagen? Ich hab's halt. Suche nach Ami's Gesicht. Ami's Gesicht. Schau jetzt, wie der gelasert wird. Ach so, so wird man gelasert. Wo wohnt Ami? Ich hab's halt. Aber da gibt's den Spiel. Leute, ich hasse das Spiel. so leute abonniert also abonniert abstand und mich auch ja mit so leute das war's mit dem Video gönnt euch viel Spaß die Videos werde ich morgen gleich mit und mit und mit und mit und mit Danke.